Hier ist wieder euer Max Payne und es geht weiter mit meinem Spiel, das mir gewidmet wurde, was irgendwie immer mit Töten endet, man. Kann ich nicht mal über eine Wiese laufen, in Zeitlupe Blümchen aufheben? Jopp, wir haben natürlich eine Chance. So, mach mal auf hier. Das sagt so. Okay, das ist kein Problem, das ist kein Problem, das ist kein Problem. Fuck, ich glaube, die Maus ist... Leute, Leute, meine Maus ist zu langsam, das ist doch unfair. Ich bin tot, ich bin sowas von tot. Ich bin ein toter Mann, nimm das Gewehr bitte. Okay, 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 okay. Skullsi, skullsi. Skullsi, meine Maus. Komm, zeig dich, zeig dich. Au, ah, ah. Das hat weh, das hat weh. Ich hoffe, das hat mehr weh. Oh Gott, da ist noch einer. Okay, die Steuerung. Die Steuerung, sehr witzig. Habe ich gerade mein Gewehr weggeworfen? Warum habe ich es weggeworfen? Warum gibt es überhaupt eine Wegwerftaste, verdammt? Die Steuerung war auf der Wand, auf der Seite der Gange. Okay, okay, hör auf, jetzt nimm bitte das Gewehr, danke, und benutze es. Danke, Max. Das ist richtig nett von dir, dass du das Gewehr jetzt benutzt. So, öffnen wir mal das Garagentor. Das sieht schmerzhaft aus, Mann, Max, was du da auf dem Rücken hast. So, wo sind die Nächsten? Ich habe da welche gesehen. Oh, mein Körper ist schon angeschlagen, aber... Es reicht. Es reicht, um demnächst in die Fresse zu polieren. Mit meinen polierten Kugeln. Kommt her, Freunde. Was? So, nennst du. Alles klar, dann gehen wir mal hier weiter. Sind das jetzt Feinde? Ich hoffe, das sind Feinde. Ja, das ist ein Feinde. Ins Herz. Ich hoffe, ich habe dein Herz jetzt gewonnen für mich, mein Freund. Wenn nicht, dann alles mit Gewalt. Auf die Reifen, auf die Reifen. Hab verstanden. Oh, oh. Ah, den hat's erwischt, den hat's erwischt. Okay, und jetzt? Und eine Pirouette, eine Pirouette, eine Pirouette, eine Pirouette. Oh. Das habe ich einstudiert. Extra nur für euch. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Komm schon raus da. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein. Merkst du dir. Merkst? Okay, alles gut. Bitte das eine Übersetzung, bitte. Äh. Käse, hab ich gerade Käse ge... Käse? Gibt es Käse zum Abendbrot? Nein. Ambulanzia, achso, Krankenwagen rufen. Okay. Okay. Fuck. You did good, Max. You say so. Don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited, and the Comando Sombra are dead. I guess. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police. Not Ufe, but normal cops. I don't know about this stuff. Politics. Everywhere politics. Shit, Max, you look kind of beat up. Let's get this lot home, and then I'll get you home too. Come on. Der war nicht schlecht. Gefällt mir schon mal sehr gut, die ganzen, ähm, Feuergefechte. Ich muss mich nur ungewöhnen, ähm, hier beim Springen nicht Zeitlupe zu aktivieren, weil er es ja selbst... Back home, it was time for some R&R. The only way I knew how. Ach, du alter Säufer. Ach, du wollte tanzen für uns. Und mit dem, ich glaube, ich war bereit für das Bett. Schön. Schön. Dann, Gute Nacht, Max. Träum was... Alkoholisches. Kapitel 2, nur das zweitbeste. Der darauffolgende Dienstag. A couple of days later, it was back to work. Ferrying the bosses brought in his dipshit of a brother out for the night so they could recover from their brush with mortality. Then again, what did I expect? These were the kind of people who went to nightclubs in helicopters. Fabiana had brought her sister along, presumably so she could show off just how rich and empty her life was. And boy, was she about to learn the meaning of rich and empty. Max! Max! I was speaking to you. Sorry, what was that? Oh, I was saying we get into a lot of scrapes, man. Well, we're still here. Thanks to you, Max. I owe you my life. Boom. It wasn't just him, huh, baby? Oh, yes, Marcel. I'm sure you did a lot to save everyone. You were probably worried about getting blood on your stash. Very funny. Thank you, Max. I don't know what I would do without my sister. Mmm. Spend even more time doing something useful. You know she works in the favela. She's the good sister. Shut up. The good sister? What did you hear, Fabiana? More bodies turned up or people went missing. It's horrifying. Can someone say BuzzQ? I'm just kidding, but it is a cool town, man. Hey, here we are. Ambulanza, Ambulanza, habe ich jetzt gelernt. So, komm her. Da mal betatschen. Dich natürlich auch mal betatschen. Und... Dich... Oh, Gott. Hör auf, mich zu betatschen, Mann. I love this place. I love this view. Ich auch. He's a fire. It's a real chill place to hang, you know? Do a little business, have some fun. I need it, too. I've been working far too hard. Like a whore during Flitschewiki, as my roommate used to say. You like that, Max? That's pretty funny. Oh, jetzt sind wir geklubbt. Ich mag Clubs. Oh, look, it's Alphonse. Marcel, Fabiana, hey. It's a bit too long. You're welcome to my roommate, Giovanna. It's a bit too long, Fabiana. I'm glad you are still with us. Come on, I heard what happened. I've missed you. I would have called, but you know how it is. I didn't want to bother you. Hey, Marcel. Marcel. I think I might have an interesting investment for your brother. We'll call him up, homie. I haven't seen him for a while. Last week's Fashion Week. My God. Egypt, but it's so beautiful. You know Anastasia? Oh yeah, I know Anastasia. Oh yeah. Ich zeige euch jetzt mal Tanzmus. Genau wie zu Hause. So. Gab's das oder was? Leute, irgendein Drucker ist kaputt. Irgendein Drucker. Ach, das Musik. Das ist Musik. Das Musik, okay. Ja. Ja. Wop, 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 wop. Oh man, ich liebe es in Videospielen irgendwelche Clubs zu betreten und dort dann alles niederzumetzeln. Genau wie in Canaan Lynch. Im ersten Teil, glaube ich. Ja. Oh, das habe ich gelassen. Und hier möchte ich jetzt auch meine Fantasien ausleben. In Form von Gewalt. Wer will mit mir tanzen? Und ich verspreche euch, es wird der letzte Tanz sein. Aber zuerst gehe ich hoch. Mit einem Kerl. Mit zwei Kerlen. Hätt' dich zu bedeuten. Hallo. Oh, ho, 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 ho. Verständlich, Max. Verständlich. Fuckin' slump, you act cool with me. What's that? Nothing. Say, Max, you're a man of the world. What are you fuckin' doing, man? About what? What do you do about life? Look at me, I'm standin' in a nightclub, listenin' to music I can't stand. I'm 5,000 miles from home, I'm armed and I'm drinkin'. You don't wanna listen to advice you're meeting me, you got it. Oh, Max, I love you, man. You're fucking real, you know? Oh, shit, people. Fuck, people get me wrong. I think... I think I love a wrong woman. Oh, excuse me. Fabio! 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 Ah, my nigga! What are you doing, Mo? I'm sorry, I'm sorry. Thank God, he left. One minute more of his drivel and I would have to put a bullet into myself. Oh, pity, pity. Bitte. Oh, oh. Ich glaub, die planen was. Ist das eine Tanz-Choreo? Ach, da sind die Clowns wieder. Hey. Habt ihr diesmal die Lufo-Lange mit? Okay, schon wieder nicht. Gut, dann... Ambulanza. Geh's auch. Okay. Gut, die Party ist vorbei. Ich werd jetzt... ...zur Musik entbar. Ich werd jetzt auflegen. Wie gefällt euch das? Du bist fast tot. Töte deinen Angreifer, um den Last Stand zu überleben. Ich hab gehört, du wolltest schon immer Pirat sein. Jetzt hast du einen Grund, eine Augenklappe zu zeigen. Jaja, Max. Vertrau mir. Ich hab alles im Griff, Mann. Hey. Ich hab alles im Griff. Oh, wow. Sorry, sorry. Ich hab alles im Griff. Ich hab alles im Griff. Ich brauch einen zweiten Bildschirm, um den Google-Übersetzer dort aufzumachen. Na? Aha. Aha. Puto, ich dich machen. Jetzt. Da ist der Nächste. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Alles klar, alles klar, alles klar. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist der? Der hat eine verdammte Usi. Gib mir deine Usi. Ich hab keine Muni, oder? Was ist denn jetzt los? Okay, okay. Die wissen nicht, wo ich bin. Die wissen nicht, wo ich bin. Ich hab mich perfekt getarnt. Hier bin ich. Boah, ey. Aber die Musik gefällt mir jetzt schon irgendwie besser. Okay, nehmen wir die Ingrams. Achso, kann ich nur... Oh. Die Ingrams? Moment. Ach, ich tausche die dann gegen die Revolver. Alles klar. Zeit war ein... Ja, komm, wir haben Zeit, Mann, Max. Wir haben Zeit. Bis zum nächsten Mal.